Oder besser gesagt, sind... Was? Ich bin in Team Rot? Wir sind nur zu viert. Ja, geil. 4 gegen 10. Klingt auf jeden Fall realistisch und fair. Warum ging das denn los? Ich verstehe gar nichts mehr. Och, nee. Was ist das denn für ein bescheuertes System? Ja, was... Was... Hä? Was soll ich denn da jetzt machen? Also, ich kann gegen viele kämpfen und gewinnen, aber doch nicht gegen so viele. Bitte nicht. Ach, und es kommt keiner, um mich irgendwie mal abzulösen. Die müssten schon so viele Blöcke haben. Das hätte man echt viel schneller schaffen können. Die einzige Hoffnung, die ich jetzt habe, ist, dass meine Mates einfach besser sind als die der anderen Gruppe. Aber selbst dann. 10 Leute gegen 4. Och, Mann. Das ist so aussichtslos, Leute. Ich hab aber Angst. Aber ich töte den. Warte, ich töte den. Ich töte den. Hey! Ja, cool. Haha! Geile Sache, Digger. So. Ich geh mal, ne? Ich hol mal euer Bett. Scheiße, was bauen die denn da? Ach, 10 Leute, ey. Über... Ja, genau. Da ist der Ditzer. Shit. Shit. Ach, Junge. Hm? Bitte? Nein! Er hat mich einfach noch in der... Och, Mann. Haha, Leute. Damit kann ich's vielleicht schaffen. Das ist geil. Ich hatte die Hoffnung und ich wurde nicht enttäuscht. Boah, viel... So. Na, ne. Ich bin echt kritisch. Wenn schon, dann nutze ich ihn auch richtig. Das wird nur gleich echt kritisch. Sobald die... So viel Gold haben, dass sich da fast jeder ein Eisenschwert leisten kann. Da hab ich dann... Da hab ich keine Chance gegen. Nicht alleine. Oh, shit.